Oh, jetzt läuft die Musik vom Vergnügungspark hier. Richtig cool. Oh krass, für den Dreisch. Krass. Was ist das? Alter. Ich glaube, die sind noch viel zu stark für uns. Oh krass. Hör. 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 Help me, help me, please help me! I don't want to vote. Can we nick you all? We need a real divide. Please help me... Schreist, 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 schreist. Request-admission failed. We can get tier? Boah, krass Das müssen wir später nochmal machen Dafür sind wir viel zu schwach Um die von denen zu schützen Wir können die zwar besiegen Das glaube ich schon, aber Es dauert ja ewig hier Nur einen umzuhauen Boah, und ob nicht Damage austeilen Tun sie nämlich auch Jetzt wird mir jemand anderes amelisiert Ist aber egal, wir holen mal den Hammer raus Wir sehen mal, ich bin jemand anders an, danke Boah, krass Wir machen echt gut Damage hier Hallo, Hammer Der Hammer macht gut Damage Boah, ne, ne, das dauert ja ewig gegen die 35 ist einfach zu viel für uns Moment Da guck mal, wenn da irgendwas rumliegt Also die Parade muss man leider später beschützen Und hier wird verballt die Platte Kleines Zahn hat ich glaube, das braucht man sogar Ja gut, dann können wir die Mission und ich machen Also ab weiter Richtung Hauptmission Ich nervt das trotzdem mit dem Buch hier Muss man mal ändern Das sind dann hier Gegenstände Materialien Ähm, rossige Bolzen, Maschinenbein Sind hier auch die Druckgegenstände, Edo-Ringe Verwenden geht, ne, alte Maske Oh, ne Beim Maschinenkern So, ne, jetzt hier Ah, nein Wo auch, ne Ja, äh, Unterstützungsgegenstände Wichtig Gegenstände Was das im Gestaltprojekt verwendet wird So ein Podmodel Was, Pappkarton, Pod, Retro, Rot, Pod Retro, Grau, Pod Rosaschleife Trendige Rosaschleife, ne blaue Schleife Maschinen, Maske Walva, Auge Walva, der rechtes Auge Walva, Kopf Ja, Walve, Kopf Hallo Ja Ob das schon ein bisschen doof aussieht Und ich weiß, was ihr wollt Aber ich habe jetzt gerade keine Zeit für euch Jeder mal weg, geht's Äh, ne Der Ball, der Kopf Ich meine, ist schon cool, aber Ich bin eigentlich immer Fan davon, die So zu lassen, wie sie sind Ja Ja, und so lassen wir das nicht zeigen Ähm Ein blütiger Spaltig bei eines Maschinen Wenn es dann Verbindungen und der Widerstand zerstört Können wir nichts jetzt machen Stempel, Stempel, Karte, Beutel Ja, damit sie den normalen Pods Ja Oh, hier sind zwei Tiere Muss man unbedingt gucken, ob das Äh Oh, einer ist dabei Den müssen wir uns auf jeden Fall schnappen Wir brauchen das Fell Oh, Rotwildfleisch Oh, das kann ja nicht wahr sein Das haben wir immer Fell gekriegt Ja, blöde Fischer Das ist das andere Vieh Oh, das kann man nicht ohne Platte her Äh, guck mal Das war eine Überraschung für dich Du bleibst gefälligst hier Oh, keiler Fleisch Hä, wieso können wir kein Tierfell mehr Hallo Was ist das aber groß? Tierfell Ja Kein Lebewesen mehr übrig Wir sind fertig Äh, achso, ja klar Wir müssen ja rüber Und da war aber eine Tür Wo wir nicht durchgekommen waren Ich nehme an Jetzt wird es den Weg geben Die Tür zur Öffnung Wir speichern noch kurz So, und ich erst mal Automaten kompieren So Und zack, da lang Wir haben auch bald Stufe 19 Das ist natürlich sehr nice Ach, hier runter wollte man noch, ne Ich dachte, äh, zwischendurch die Schlucht wäre weg Aber die gibt's ja noch Das können wir eigentlich schon rückweg da machen Und wahrscheinlich morgen Ich weiß noch nicht, ob ich morgen Abend oder vormittags streame Das wäre ich sehen Ähm, der roter Punkt Was sagt dieser rote Punkt Stoppenmodus Wo sind wir? Tempostern Äh? Was haben wir für eine Vision, die Tempostern heißt? Aufgaben Äh, aktive Aufgaben Umzugsbegleitung Ja, das können wir eigentlich machen Jora-Verräter Die Jora-Flüchtlinge besiegt Sprich mit Anemone Achso, ooooh Mit der haben wir natürlich nicht geredet Egal Das Wandernde Power Kommen wir jetzt nicht mal Fotos Kommt gleich Tempostern Eine Maschinenwesen in der Ruinstadt hat sich zu einem Renner rausgefordert Erreicht das Ziel vor ihm Äh? Weil der ist doch gar nicht hier Da steht hier irgendwo anders rum Hier ist das Foto Na gut Äh, ich spitz nur kurz die Nase Dann geht es gleich weiter Äh Wir sehen uns gleich Hören Eigentlich Äh, so Äh Weil es hier ist vielleicht das letzte Rennen gegen ihn Und so Ich glaube nicht, dass es bloß eins ist Da lag hier nicht was letztens Voll Kufferärzte dürfen wir ja fast voll haben, ne? Wenn wir das voll haben, können wir mal die Hälfte verkaufen Ja, ich weiß auch direkt wo die Tür ist Bauen wir ja schon Aber da kann man nicht durch Was? Na Am Weg gab es ja auch nicht Wir haben uns ja hier doch schon ein bisschen umgeguckt Im Wasser können wir ja angeln Aber wo umgeguckt? Ich glaube, das war vorher nicht, oder? Ne, geht es nicht rein Schade Ja, wieder eine Kiste, die man nicht öffnen kann Wieso? Ah, das nervt mich Da sind so viele davon gefunden Und das ist bestimmt cooles Zeug dann Ich gucke mal erst mal kurz hier Hier irgendwo weiterkommen Fett einsammeln, bitte Ist wieder so ein Leuchten mit Blume Wurde egal Geht es auch nicht weiter Also gehen wir mal hoch Brauchen wir zwar auch schon, aber Vielleicht hat sich ja was verändert So, das ist der Was sind denn das für Geräusche? Also ist der Hampel Das nicht hoch Nicht in Krieg hochzulaufen So Tja Und jetzt? Junge Darfst du es? Alles hier Ja, ist klar Wüstenregion Wohnanlage Sind wir einen anderen Weg hoch? Wüstenregion Was ist ja Was ist das für Geräusche? No getting through here Maybe there's some kind of mechanism we could engage Oh, hail the Forest King! Oh, hail the Forest King! Who the heck is the Forest King? You're getting distracted. Well, what do you expect? I'm a scanner. How about he's never meant to fly for two? I'm the Forest King! Hello! 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 Hi! Check this guy! He's just running away! ist ein bisschen kopflos da, Junge, oder? Wut the fuck? Hey, where am I? Um, what's that? Hey there guys, what's up? This seems weird to be, let's kill it. Wait, what? Not good! Let's kill it! Okay, what was that? Okay. I personally find it a bit weird, that the animation of 2B, for example from healing, that it works while it works while it works, that you could easily hide. But that would not be able to do it, because the game's speed is regulated by the FPS. The sequences are either from 30 FPS or from 60 FPS. What's also the FPS-Log on the PC is explained, let's not change so. So, to remove it, it's not so easy. But I'm excited, the Modding-Szene will that definitely regeln. There's also a great graphic patch for this game, because many textures look amazing, that's already a few times. that's the theme. Valve-Gebiet. There's no new place. zack Raz X-TEMO und to battle mode. I can see a fight around that thing but it'll essapear of you. Yeah, there's no wrong path! I'm sure to fight...! I'm aware of how to fight. You just be careful. I will too be. Hallo, da sitzt einer auf einem Pferd. Vielleicht sollten wir uns mal schauen. Hier unten scheint die Stelle mit dem Foto zu sein. Genau, das ist dann hier unten. Boah, Spiel! Das ist wieder so ein Trupp. Aber wir gehen erstmal oben lang. Wenn wir runter springen, kürzen wir ein bisschen ab, aber wir wollen uns auch ein bisschen umgucken. In so einem hübschen neuen Gebiet hier. Und Wildschweine müssen leider zang glauben. Hä? Wieso rennen die weg? Habt ihr noch mal Glück gehabt? Hä? Hier haben wir in die Züge gestorben? Weil das sind nur zwei Idioten. Dann haben die die Wand getroffen. Egal. 850, ne? Nicht schlecht. Am Ende war er auf dem Weg zum Speichern, weil er am liebsten low war. Dann haben die zwei Idioten ihn getroffen. Das kann natürlich sein, ne? Wird er mich aber persönlich ein bisschen ankotzen? Oh, sehr viele Tiere hier. Also hier sollten wir unser Fell eigentlich finden. Gut, der wird 20. Der dürfte gut Damage machen, wenn der uns trifft. Aber wir brauchen Fell, es tut mir leid. War noch zwei Stück, glaube. Tierfell, jawoll, sehr gut. Und Tierfell, ja. Ja. Oh krass. Und? Ich glaub das… Ich war zwar gerade mitten dabei, den Eingriff auszuführen. Oh, du hast sie besorgen. Ah, jetzt zeigst du mir immer so Gefühle oder was? Das sei aber, wenn dir irgendjemand was folgt. Nein, nein, nein. Ich bin ein eiskalter Roboter. Oh, lass mich raus. Oh krass. Hallo. Äh, nicht das Schwein. Ob nicht den, dem will ich. Äh, das sei ein... Ja. So, wir bräuchten jetzt eigentlich... ...en Shop, ne? ...dass wir uns eigentlich hinpacken können. Dass wir oben an Automaten waren. Das können wir eigentlich so schnell machen. ...weil weitergeben, weil ich hätte wirklich gern... ...das sind echt ne Menge Gegner. Das Waffenabgrade noch. ...weil weitergeben. ...weil weitergeben. ...weil weitergeben. So. 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 Weisburg. Oh. So. So. Wir können auch gleich... Ehm... genau dem wollte man aufgreifen perfekt das ist eigentlich so komadrat fans plus zwei stück dann kann man das schon machen sehr gut angriff 540 krass und danach 840 ja genau ach so ihr könnt ja mit dem enderrein an die anemone heißt ja ja kann ich euch helfen ja wir müssen wirklich mit deiner hilfe etwas klären kannst du uns etwas über die jura soldaten erzählen die eure vorrätig gestorben haben ich höre jetzt zum ersten mal davon ich meine wir bewahren unsere vorräte an einem an mehreren orten auch aber soweit ich weiß wird nichts vermisst ich verstehe na ja danke okay kann das sein dass aus dem bunker befehle kommen es ist über die jura soldaten die jura soldaten copy das 9s we confirm their status on this end no but i mean the resistance says that none of their supplies are actually missing so what's going on here i lack access to the data concerning this mission the order came from the commander herself what operator i don't understand be careful 9s i have no further information das ist genau das was ich mir gerade gedacht habe und zwar das aus dem hauptquartier falsche information ist das aus dem hauptquartier falsche informationen kommen dinge die wir so gar nicht nicht nachvollziehen können weil sie vielleicht nicht so stimmen ja dass die kommandantin eventuell tatsachen verdreht und uns für ihre zwecke missbraucht wurde vom wald überreicht das war ein wasserfall im wald ich glaube den habe ich gefunden als ich ein mich einmal verlaufen hatte aber wie bin ich da zunächst überhaupt hingekommen jetzt kann ich mich erinnern es sind nicht nur fotos es sind datenfetzen von meinem geliebten vor acht jahren wurden wir von maschinen angegriffen es gab eine offene feldschlacht mein geliebter wurde getötet und viele meiner erinnerungen gingen verloren das muss seine letzte botschaft für mich gewesen sein vielen dank ihr ahnt ja nicht wie viel mehr das bedeutet ich weiß das ist nicht viel aber nehmt das hier ganz schön zwei tempos aber groß mittlere erholung piri 3 ich glaube wir können was upgraden angriff laden plus 3 chip 500 5.000 gold 500 erfahrung und neue stufe erreicht juhu ehrlich gesagt ich habe in der zeit oft überlegt ob es sich noch lohnt weiter zu leben diese daten sagen mir dass ich weitermachen muss und trotzdem weiß ich nicht was ich in einer welt soll die mein geliebter verlassen hat welchen sinn hat das leben noch komm schon nein es lass uns gehen ja gefühle da kann der alte kalte to be roboter hier mit drehen so wir gucken noch mal upgrade für wen brauchen wir denn das berät für irgendwas brauchen wir doch berät aber auch noch zu noch eins scheiße gut dann hat sich das ja kommt bald wieder ja klar los weg mit der text also warte mal hat jetzt diese zu hause irgendeinen zweck ich meine außer dass ihr immer loot in der ecke liegt ansonsten das ist eigentlich ziemlich überflüssig oder passieren was passiert hier welchen zweck hat passieren speichern die fortsetzung ich habe so das gefühl hier im bett speichern können das ist wahrscheinlich ursprünglich geplant war überall kleine unterschlupfer ins spiel einzubauen und das hier der erste war und die anderen wahrscheinlich rausgeflogen sind und gegen die automaten ersetzt wurden das könnte durchaus sein also das wäre zumindest eine erklärung welchen zweck dieser raum erfüllt der sonst keinen zweck hat so wir wollen äh waldgebiet mitte glaube ne ruinen untergründhöhle ne das müssen wir ja noch machen versunkene stadtkiste achso da können wir auch nicht gehen äh waldgebiet mitte ne das müsste richtig sein waldgebiet mitte oh ich brauche definitiv nur ein dumm der die ganzen folgen schneidet ohhhh ich weiß auch ehrlich gesagt also bis jetzt äh wenn ihr das hier seht habe ich noch nie eine folge überhaupt fertig weil ich erst seit 3 taugen spiele und insgesamt schon 11 stunden ist das echt fesselnd hier macht auch echt tierisch leine äh leine sagt ja ich bin echt müde bis zum 2 2 nachts gerade nur so zu info ich muss morgen arbeiten spätschicht das heißt ich mache auch nur höchstens stunde äh eigentlich wollte ich von einer stunde aufhören aber das ist noch eine andere geschichte so silber anzuhalten und unser großes schwert dürfte jetzt richtig gut damage auszahlen hat sich verdoppelt wenn ich das richtig mitgekriegt habe und geht bis fast 600 danach geht es fast bis 1000 ich habe aber schon wieder vergessen was wir da verbrauchen ne ist das schwein an wir sehen wow komm komm ey 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 ich war da gerade nur oh krass Gr拜拜 letzter Spaß Griek weg 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 krass krass Kabul die schlagen ganz schön schnell zu gut f within während ist möglich Wir standen ja auch gerade in Masse rings um uns rum. Nimm mal den anderen bitte. Hey Corsa! Was war's mit dir Corsa? Okay, die sind hier schon einen ganzen Ticken stärker, aber es waren auch ziemlich viele. Das war vielleicht gerade das Problem. Defekte Kabel braucht man so ein paar, glaube ich. Warum alles? Bede Frage. Ja, oder? Ja, was ne? Außer das ziemlich cool aussieht. Fangen wir den normalen hin? bis er an eine coole Stelle geflogen ist ich will gerade mal einen Screenshot machen weil der Idiot gerade nicht im Bild steht na jetzt ist er wieder im Bild also ist wieder der Schlüpper zu sehen egal was man macht ihr scheiß Schlüpper ist einfach immer zu sehen ich wollte gerade drauf drücken oh Junge geh aus dem Bild was ist runter mit dir ab ach komm schon jetzt sammelt mir der Idiot im Bild rum oh ja alter ist das dein fucking ernst hau ab willst du mich eigentlich irgendwie trollen ja wieder Schlüpper im Bild oder so ich glaube der will mich wirklich kann ich den irgendwie oh weißt du was oh gehst mir auf dem Senkel ey Junge 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 hier oben lang hier oben lang hier geht's lang hier geht's lang hier ist der Weg hier zwischen Stein und Felsen wo ist der Weg wo sieht aber cool aus hier muss ich mal sagen hier oben hier oben hier oben hier oben und dann hier oben Vielen Dank.